Einen wunderschönen guten Tag im Nunde jetzt willkommen zu einer neuen Folge von The Mage Seeker, A League of Legends Story. Es gibt ganz viele Sachen. Ich könnte hier zurück in die große Stadt von Demacia gehen. Aber es gibt zwei Nebenmissionen. Rekrutierungsmissionen. Gehen wir dir mal. Und dann gibt es auch noch ganz viele Missionen, um Brüte zu schnappen. 10 bis 600. Der ist ein bisschen... Nur 14. Wir schicken dich mal. Okay. Und dann mache ich doch mal eine Nebenmission. Geflüster im Wald 3. Spaltentalhaupt. Wir machen das Geflüster im Wald. Komm. Eismagier und Sturm-Magier. Let's go. Dann gibt es neue Rekruten für eine, da diese Erdmagierin hat... Habe ich noch vor dem Video gemacht. Die hat selber eine Mission beantragt. Und das habe ich noch akzeptiert, bevor der Part zu Ende war. Finde die Magier im Wald. Gut. Ja. Dann gehen wir mal. Lass uns kämpfen. Voila. Ja gut, das weiß nicht so viel Damage. Warte mal, was habe ich denn? Warum habe ich hier... Warte mal. Warte mal. So, mach das Zeug aber mal kaputt. Hm. Ah, das ist ja das Gift da. Genau. Ah, ne, ne. Ich wollte gerade sagen, drei Mana kostet es. Aber es kostet... Kostet zwei Mana. So, der letzte Frosch noch. Komm. Wunderbare Sache. Ja, mal stehlen das Zeug. Sehr gut. Ach, aje, meine. Na, komm. Ah, shit. Ja, okay. Habe ich nicht die Feuermagerin dabei? Ah, ne, das kostet drei Mana. Okay. Wust ich's doch. So, dann nehmen wir das Feuer hier. Ah, shit. Come on, ey. Na los. Der soll ruhig zuschlagen hier. Come on. Ja, shit. Muss warten, bis er wieder auf dem Feuer ist. Jetzt aber. Okay. Die Phase haben wir überlebt. Jetzt brauche ich einen Schrein. Ich kriege ihn aber noch nicht. Das ist bedauerlich. Ach, du Scheiße. Hier, mach mal. So. Was kann ich denn mit dem machen? Ich kann ihn festhalten, okay. Ist doch auch nice. Okay. Oh, shit. Oh, jetzt ist er wieder Feuer, ja. Come on, ey. Jetzt aber. Heilen kann ich mich leider nicht mehr. Aber ist okay. Fuck. Komm mal runter hier. Uh, ja. Ah, shit. Das wollte ich nicht. Da los. Ach, du Scheiße. Ja, wunderbar. Ähm. Ja, wie mache ich das jetzt zum Besten? Ja, scheiße. Das ist ja Rüstung. Ach, fuck. So, jetzt ist er weg. Die Rüstung. Sehr gut. 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 Na, los. Mal hier nochmal. Und erledigt. Kriege ich jetzt den Schrein? Ja, hier ist ja der Schrein. Okay. Ja, halleluja. So, nächster Fight. Sehr gut. Ja, komm. Alles schön erledigen. Komm mal ein Schild hier. Danke. Danke. Oh boy, oh boy. Mach den mal weg da. Damit der seinen Scheiß da nicht mehr schießt. Ja, ja. Mach die Kollegen hier mal weg. Oh, fuck. Mach nochmal ein Schild. Na, komm. Der macht da auch ein Schiss eine Rolle. Dollar. Ah, du lebst doch. Jetzt bist du fertig. Obala, du. Ja, mach mal so. Ja, gut. Mach mal hier nochmal. Jesus Christ. Ähm. Kein Mana. Warte mal. Mach mal. Ich will das jetzt einfach mal ausprobieren hier. Und die Ult von Lux. Okay. Nice. Jetzt kommt der Kollege hier noch. Oh, zwei. Okay. Na, perfekt. Ja, die Magie. Warte mal. Come on. Hat's noch mehr? Ja. Hier ist noch einer. Ja. Kann ich mal schnell. Danke. Oh, fuck. Ja, ja, ja. Äh. Mach mal. Mach mal den Schild kaputt jetzt hier. Komm. Hey, 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 hey. Komm, jetzt mach mal kurz einen Prozess hier. Danke. Oh shit, noch mehr. Okay. Okay. Ja, man. Okay. Hey, 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 hey. Zieh den mal ran hier. Mach den fertig, bevor er seinen Scheiß da schießt. Jetzt ist noch eine von den Pflanzen übrig. Na, genau. Jetzt nicht mehr. Oh boy. Okay. Unangenehm. Mach den ganz schnell weg da. Danke. 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 Sehr gut. Okay, der ist schon mal erledigt. Das ist gut. Und von hinten angreifen. Brav. Braver, Silas. Das war jetzt nicht so brav. Ach, und ich fall noch runter. Alle weg. Das waren mal Soldaten. Jetzt ist nicht mehr viel von ihnen übrig. Ja. Ja, also, Jobs meint es sein Geist. Aber da sind Fußspuren. Mehr Fußspuren. Ein Mager, der all diese Soldaten besiegt hat, ist ein guter Rekrut. Und weg sind sie. Fußspuren. Sie sind weg. Ja, Jobs, haut ab. Ich brauche einen starken Tee. Aha. Ach, Jobs. Geflüster im Wald. Drei. Okay. Ja. Ah, das war's. Okay. 1700 Vorräte habe ich gesammelt. Und es kommt noch mehr dazu. Du hast Rekru... So wie es ausschaut. Drei Stück. Okay. Schön. Was hast du gefunden? 341, äh... Vorräte. Du hast zwei Rekru... ...gefunden. Und du hast... ...50 Vorräte. Ja, okay. Ich glaube, bei ihr kann ich immer noch nichts machen, oder? Nee, es braucht... Ja, einen Rekrut für Allara braucht es, glaube ich, noch. Bei dir. Nee, das bringt nichts. Bei der Schmiede bin ich fertig. Das heißt, ich muss zu meinem... ...Zurenke... ...freuen. Brauche ich mehr Rekruten für Vespa? Also, ich kann aktuell... ...rein gar nichts machen. Okay. Das ist natürlich schade. Bei dir habe ich schon alles, oder? Yep. Ja, gut. Dann, äh... ...machen wir hier das Spaltental-Hauptquartier als nächstes. Wir schicken... ...wir schicken dich da, um Vorräte zu holen. Und dann... ...sehen wir uns morgen wieder für die nächste... ...Nebenmission. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hab einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. ... Untertitelung des ZDF, 2020